Studierende werden KI-Sprachsysteme als Lernbegleiter einsetzen. Das tun sie ja heute schon. Zum Beispiel als Assistenten. Um ein paar Beispiele zu nennen. Studierende können zum Beispiel ein solches System einsetzen, um eine Schreibblockade zu lösen. Oder sie können es als Impulsgeber verwenden. Beispielsweise mit der Eingabeaufforderung, gib mir mal bitte fünf Ideen für ein Projekt zum Thema XY. Oder sie geben eigene Texte, die sie geschrieben haben, in das System ein und lassen sich diese zusammenfassen, um zu kontrollieren, ob der Kerngedanke wirklich rübergekommen ist. Oder sie lassen sich beispielsweise in Informatikstudiengängen Code generieren. Eine andere Verwendungsmöglichkeit ist, das KI-Sprachsystem als Tutor einzusetzen. Wenn das System beispielsweise einen Text ausgegeben hat, können die Studierenden sagen, ah, den Punkt habe ich aber nicht verstanden, kannst du mir den bitte nochmal näher erläutern, sodass sie im Dialog mit dem System individualisiertes Lernmaterial produzieren können. Eine weitere Möglichkeit ist, sich die eigenen Lösungen korrigieren und verbessern zu lassen. Also Studierende können eigene Lösungen hochladen, Lösungen, die vielleicht auch fehlen enthalten und das KI-Sprachsystem gibt individualisiert Feedback. Insgesamt würde ich also empfehlen, den Studierenden zu erlauben, KI-Sprachsysteme in dieser Weise einzusetzen. Wichtig dabei ist, dass die Studierenden aber sehen und erkennen, dass sie verantwortlich sind für das, was sie letztendlich in der Veranstaltung auch präsentieren. Also nicht das KI-System hat den Fehler gemacht, sondern die Studentin, die den Fehler einfach übernommen hat. Wichtig ist auch, dass immer transparent gemacht wird, welche Systeme eingesetzt wurden und bei KI-Sprachsystemen vielleicht auch hinzugeschrieben wird, welcher prompt verwendet wurde. Außerdem besteht natürlich die Möglichkeit, für einen Lehrenden in bestimmten Prozessen die Verwendung von KI-Sprachsystemen zu untersagen. Beispielsweise, wenn es um das Lernen von Basiskompetenzen geht, dann sollte der, die Lehrende das aber auch begründen. Also, wenn es um das Lernen von Basiskompeten geht, dann sollte der, die Lehrende das aber auch nicht sein.